Jetzt zeige ich euch die Arme vom vierten Adderwook der ersten Serie. Sie sind ganz gleich wie vom dritten Schritt, nur dass alles doppelt gemacht wird. Wieder ein schönes Armour-Pramarie. Denkt daran, den Ellbogen schön hochzuhalten während des ganzen Tanzschrittes. Und habt das Gefühl, dass die Spannung bis über eure Finger hinaus wirkt. Eins, zwei. Der Arm wird gestremmt. So. Noch einmal. Strecken. Und zurück. Zurück. Strecken. Zurück. Jetzt kommt die Hand herein. Handrücken anschauen, umdrehen. Noch einmal Handrücken anschauen und Kopf geraten. Hinaus. Schließen. Strecken. Schließen. Linke Seite. Hey. Young. Tap. Tap. Noch einmal. Mal. Tap. Links. Te. Young. Tap. Rechts. Menke. Te. Young. Da. Hand herein. Te. Young. Tap. Da. Te. Young. Da. Hinaus. Te. Young. Da. Da. Te. Young. Da. Jetzt kombinieren wir Arme und Beine. Achtung. Rechts. Doppelt. Links doppelt. Hand herein. Und die linken Seite. Rechts. Hand herein. noch einmal. Arme schön hoch halten. Und die linken Seite. Elbe hoch. Lächeln. Brust raus. Halt hin. Halt hin. Halt hin. Halt hin. Toil neuter. Wasp. Halt hin. dla. Dann oder. noch einmal. Dann. 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 Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mir auch eine kleine Nachricht schickt. Danke!